Nee. Ah, jetzt, jetzt hab ich's! Schärfe 5, Haltbarkeit 3 und Plünderung 3. Genau das, was ich wollte. Oh, das ist Slime! Ich hab's doch bewusst, dass es das gibt. Ich hab' noch 28 Level übrig, ich brauch' noch 2 Level und dann... Da kann ich schon wieder was entscheiden. Ja, ich geh' jetzt erst mal wieder runter in die Mine, bevor ich vergesse, die Rohstoffe hier abzubauen. Ich hab' noch mal zu mir. Ja, da gleich. Rums! Fuck, ich hab' nur noch 2 Herzen. So. Bau' dich ein. Ich hab' kein Essen mehr. Nur noch Gammelfleisch. Egal. Ich komme. Ne, 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 ich geh' heim. So. Ich räum' das nämlich alles in die Öfen, weil dann machen wir nämlich langsam Schluss, würde ich sagen. Das ist aber schade. Man muss unbedingt mal gucken, was ich gemacht habe, ey. Okay. So. Ich nehm' hier mal die Schienen für Patrick mit. Ja, hab' ich auch gemacht. Also die Schienen mitgenommen. Zack, zack, zack. ZORBUS ZYyisch! Krass! Jetzt blieh ich grad' noch an. Schienen kommen logischerweise in die Schienenkiste, würde ich sagen. Die kommen in die Rohstoffkiste. Hört mir eigentlich noch irgendjemand zu? Irgendjemand? Jemand? So, ähm. Na, komm, komm. Ah, da ist es doch. So, was hast du denn gemacht? Komm einfach zu mir. In der Hütte oder was? Nee, nee, komm einfach mal zu mir. Alter, cool, ich hab schon drei Zombies erledigt und mein Schwert ist noch nicht mal angekratzt. Ah, WTF? Wo bin ich? Ich schwelge hier gerade im Nichts. Das ist einfach Fall, passiert eh nichts. Wir gucken, wie lange man fällt. Ich bin noch nicht auf Höhe 2000. So, aber wo ist es noch runtergefallen? Das tut eigentlich genau ins Wasserloch rein. Wirklich nicht, ich falle jetzt gerade selber runter. Wieso wusste ich, dass sowas jetzt passiert? Und? Warte, 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 ich treff genau, ich treff genau. Ja, genau rein. Perfekt in der Mitte. Ich hab extra sogar das Nichts rausgebaut. Also weggemacht. Na ja, die Grube des Schmerzes muss ich mal eben schließen. So. Gut zehn Minuten haben wir noch. Nein, Ende. Beziehungsweise, wir könnten jetzt schon Schluss machen, dann mache ich die letzte Folge halt länger. Okay. Also Kevin, kommst du da auch langsam? Nehme hier noch ein paar schöne Sachen mit. Warte, ich hab aber noch was Schönes gemacht, wo du nicht stirbst. In deinem Haus. Ich will's... Na ja, besser gesagt, zwei Sachen. Ich will's eigentlich gar nicht sehen. Warum reicht dein Boden auf? Ach nee, Patrick, nicht mal die Nägel. Voll verarscht. Nicht deine was? Nicht deine was? Du hast aber das Highlight nicht gesehen. Ich hab noch was gemacht. Ach nix, Patrick, vergiss es einfach. Fällt dir das nicht auf? Nein. Oh man. Alter. Ah, was? Ah. Was? Das Erste ist nicht so wichtig, die untere Zahl ist natürlich das Aussagekräftigste. Tönes, höh höh. PK ist gay. Aber das Letzte kann ich doch auch lesen. Patrick, ban ihn mal vom Server. Wir machen jetzt einfach Schluss, sonst rastet sich, glaub ich, auch noch völlig aus. Geil. Ich freu mich schon drauf, wenn Patrick dann ex so anschreit. Und hier würde ich jetzt ganz dringend empfehlen, hier wieder Erde hinzumachen. Nein. Also Kevin, kommst du dann hoch? Jo, jo. Ich komme. Aber Kevin muss ich erst mal das Meister weg erstmal noch angucken. Loop. Ich muss jetzt erstmal das Meister aus meinem Inventar rausholen, weißt du Bescheid, ne? Ich kann es in dem ersten automatischen Ofen die ganzen Rohstoffe reinhauen. Geil, 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 geil. Ich bin schon wieder Level 30. Ein Seil. So geil. Ich baue mir mal eine Diamantenhacke. Ne, 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 ne. Gut, okay. Ich will auch nur eine machen. Ja, das sind ja noch genug Diamanten. Alter, warum habt ihr alle immer so viele Diamanten-Sachen? Ich habe immer nur so wenig. Ich meine, du hast jetzt ein Diamantenschwert, dann willst du dir noch eine Diamanten-Hacke machen. Ich habe gerade mal eine Diamanten-Hacke. Kevin kann es halt. Ich meine halt nur, ich will alles aus Diamant haben. Alle Werkzeuge und Rüstung aus Diamant und Enchanted. Halbbarkeit 3, Glück 3, Effizienz 4. Oh, das ist eigentlich mal ganz gut. Siehst du das? Nö. Ich habe einfach eins genommen, was Level 30 war. Ich mache ja sowas nicht. Gut. Dann Kevin, mach du dir noch eine Hacke, dann mache ich mir noch ein Schwert aus Diamant. So. Enchanted ich das auf. Halbbarkeit 3. Ja, damit kann ich leben. Nö. Blub. Ha, direkt Haltbarkeit. Nö, 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 nö. Ist schlechtes Enchanting. Effizienz 4. Effizienz 4, Behutsamkeit 1, Haltbarkeit 3. Zack. Und damit sind meine ganzen Level schon wieder verbraucht. Ich habe auch nur noch zwei Level. Ja. Ja. So, dann haue ich mal Mop Drops. Ne, Pfeile behalte ich mal. Ich habe ja einen Bogen. Da Mop Drops habe ich Faden. Dann noch ein bisschen Lapis. Dann verrottet das Fleischkant weg. Schiss. Kein Mensch. So, ich habe das Haus wieder verbessert. So gut wie neu. Ich glaube, wir müssen unsere Ding dann anbauen, Patrick. Obwohl, wir haben ja noch eine Zeile frei für Eisen. Ja. Aber Redstone hat gut zugenommen, Halt. Mann. Alter. Endlich ist es soweit. Patrick rastet aus. Kevin, lass uns Schluss machen. Sonst rast ich wirklich noch komplett aus. Okay. Ich tue nur schnell die Minecarts noch aufräumen. Ich tue die mal zu die Minecart-Strecke hin, ne? Von mir aus. Ja. Ich tue die Minecarts noch aufräumen. Das war von vorhin schon. Ne, ich finde es echt langsam nicht mehr witzig. Wenn das so weitergeht, dann ist für mich das Let's Play hier beendet an der Stelle. Ganz ehrlich, darauf habe ich echt keine Lust mehr. Ne, ich meine es ernst. Ich habe keine Lust mehr drauf. Wie mit dem Feier beim letzten Mal. Das war voll der geile Cliffhanger am Ende. Toll, jetzt geht die Inventory, ich wiege es nicht mehr, weil ich in Schandeltes Sachen bin. Inventar, oder was? Dumm. Egal, ich mampfe jetzt noch was und dann ist es gut. Und so, ich werde uns soweit, Patricks. Also, tschüss, bis zum nächsten Mal. Mein Name ist WojciKLP und... Zum nächsten Mal. Exo-Lights. Und der Cake of the Gamer. Ciao, ciao. Tschüss.